Wen ich total toll finde, ist Elena Roosevelt. Das ist eine Persönlichkeit, die gefangen erst in ihrer Zeit sich entwickelt hat, Verantwortung getragen hat, unglaublich klug war, wusste, wie man Netzwerke bildet, sich selber auch entwickelt hat in dem, was sie wichtig fand und dann aber auch auf die Straße gegangen ist und ihre Möglichkeiten genutzt, um gegen Ungleichheit und für Chancengerechtigkeit sich einzusetzen. Untertitelung des ZDF, 2020